Mein Name ist Sascha Rabe und wir haben zwei Gruppen im Finanzvertrieb. Einmal diejenigen, die einen großen Bestand haben mit Banken oder Versicherungsvertretern und die müssen viele Kundengespräche am Tag führen, daraus Geschäft machen und daran werden die gemessen. Auf der anderen Seite haben wir die Finanzvertriebe, die Neukunden gewinnen und da kann man sehr gut davon leben, wenn man drei, vier, vielleicht auch mal fünf Kunden im Monat gewinnt, nimmt sich sehr viel mehr Zeit für den Kunden und das ist sehr auskömmlich. Aber diejenigen sind dann zum Teil Tage, vielleicht auch mal eine ganze Woche, ganz ohne Kundenkontakt. Ich verbinde das Beste aus beiden Welten, weil auf der einen Seite werden die Menschen bei mir so gut bezahlt wie die Neukundenakquisiteure und auf der anderen Seite garantiere ich jedem aus der Branche mindestens einen Neukundenkontakt pro Tag, damit das Business gut funktioniert. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.